Ein herzliches Salon und Willkommen zurück zu Final Fantasy 13 Lightning Returns und wir dürfen gar nicht ins Kolosseum zu dieser Urzeit. Es ist schön, dass die Liste zu erinnern. Komm her, wir öffnen! Dass ich hier überhaupt durchkomme Sonst verschwende ich nämlich gehörig Zeit Auf der anderen Seite Wir haben nicht so viel zu tun Außer die Wobei wir haben sowieso nicht so viel zu tun Außer dieser Einnehmen-Mission jetzt Die nächste kann ich nämlich glaube ich erst um 11 Uhr annehmen Deswegen gehen wir jetzt einfach mal Zum Bankett Meister Oder so Sollte hier nicht auch Hier sollte irgendwo ein Item rumliegen Warum finde ich denn Items nicht Ach, klar Habe ich gerade den Sunny-Pudding mit einem normalen Schlag erledigt Wow Das ist echt krass Aber gut Je mehr Sunny-Puddinge ich erledige, desto besser ist das Item doch Items verarschen mich, aber okay Je mehr Sunny-Puddinge ich erledige, desto besser ist es Und hier laufen überall Stadtführer rum Wahnsinn Ich möchte zum Bankettmeister, dafür muss ich hier hoch Und kann hier erst mal mit jemandem sprechen Ich möchte mich Hallo, willkommen Hm, business is good It is, thank you Word of our shop's special flavor has quickly spread through word of mouth This city is known for its gourmet restaurants But none can hold the candle to the chefs we have assembled in our kitchens The best chefs in the city, huh? Luckily mentioned his missing fiancé was a great cook I wonder Ma'am, is there something I can help you with? I hope so I'm looking for someone by the name of Filiana According to her fiancé, she was a fantastic cook Does this ring look familiar to you at all? Oh, yes, yes, of course, I recognize that The woman was a wonderful cook indeed Though the strange thing is, I never knew her by the name of Filiana She may have assumed another name Was the woman you knew beautiful enough to turn the head of every man in the room? Hmm, now, this is taking quite an odd turn She was no doubt a very handsome woman, but very advanced in age I suppose she must have been beautiful enough to turn heads once But she was undeniably an old woman Of course, we are all old now, that we don't age But she must have been quite elderly already when time stopped for all of us An old woman? I suppose that can't be Lackley's lost fiancé But where is she now? I'm afraid I don't know The lady in question fell ill and left our restaurant I believe she moved to Luxarian To live with the support of an old friend there Do you know how to reach her? Or that friend of hers Unfortunately, I don't know that woman's name or anything else about her I saw her only once She was a young woman, and if I recall correctly, wearing a rather unusual hat Perhaps she was her daughter I see Thanks for your time, you've been a great help Lackley's ring ended up on the finger of a beautiful but old woman somehow It's possible, Filiana sold the ring I'm not looking forward to telling Lackley about it But he deserves the truth He needs to know Who are you? You... You must be Erin Here, I have a letter for you from Lackley Ready? I have a letter for you from Lackley Well, that's what you mean by the end of the day Wait, how did you see that? Let me see that thing Well, that's his hand writing all right I'd recognize it anywhere Here, I've kept the journal with me, just as I promised him I don't mean to pry, but how do you two know each other? We used to date It's not one of my finer moments, that's for sure Hindsight, you know But that was lifetimes ago He made me keep this while we were still together Why would he give it to you instead of keeping it? Have you read it? The thought never even crossed my mind And I knew anything that bastard Reddick was involved with Couldn't be good Please, take it I'm sick of carrying it everywhere Now I'm just happy to wash my hands of the whole thing It's your own problem now All right, I get it Thanks Light, you found his journal I can't believe it I know, right? Weird, huh? What I don't understand is why there are so many people involved First Reddick had it Then he gave it to his friend Oren For safekeeping I wonder if it holds some sort of big secret If secret's so dangerous Just having the journal in his possession could put him at risk What do you think? I think I think I should read the journal before I give it back It would be the fastest way to find out what's going on But do you really think you should? I mean, it is private after all But does it really matter at this point? I mean We're already neck deep in his affairs It's all for his benefit anyway, right? Okay, it's up to you But remember What's been read can't be unread If you want to do this You're on your own So, hier handelt es nicht nämlich um Ranulfs Tagebuch Ach, das ich jetzt Eben von Erin bekommen habe Und ja, ich möchte das lesen dazu Damit scheitert zwar die Mission Bücherwurm Ich kriege aber eine Mission Die ich sonst nicht bekomme Und die insgesamt mehr gibt Von daher mache ich das I can't stop picturing my daughter's corpse I can't erase the image from my head I have nothing to live for anymore But I can't rest until I find justice My family deserves it Day 15756 Revenge is imminent Mark my words Justice will be served Day 15757 Justice will be served Day 15758 Justice will be served Justice will be served Day 15760 Justice will be served Justice will be served Justice will be served Justice This is... I can't believe Ranulf had to live through this kind of tragedy His wife and child were killed by a business rival I can't begin to imagine how he must have felt The journal begins from the day after the incident and goes on for years I mean, look at the dates He must have been chasing the killer for decades It looks like he was consumed by the thought of revenge and nothing else But wait, there must be a mistake Remember what Ranulf said before? He told us that he had never had a family of his own I don't think he was lying I think that's what he honestly believes I think he truly doesn't remember what happened Look at these journal entries The same words written over and over He couldn't deal with reality He must have cracked Lost his sanity Yeah And with it, all his memories In the end, it was the only way he could survive Cutting himself off from the past is what's kept him going He doesn't mourn his family Because he doesn't know, they ever existed Cutting himself off from the past is what's kept him But I can't even look at this item This is one of the item boxes For which I need EP to be able to use And that's all the EP, which I have And I'm very sure, that it doesn't work But I'll do it anyway Because I'm pretty sure, that I can actually start with the Medallion-Anhänger With the Medallion-Anhänger Erhöht die Anzahl von physisch lancierten Combo-End-Manövern um eins Sprich, ich kann in meiner Combo einmal mehr zuschlagen Das macht zwar eventuell ziemlich gut Schaden Aber dafür den maximalen TP-Wert auf 33% der ursprünglichen Beziehungsweise auf ein Drittel der ursprünglichen Trefferpunkte zu senken Ähm, nee Nee, das lohnt sich Um Gottes Willen nicht Ähm, von daher, ja Das war eine große EP-Verschwendung Aber was soll's Ich wollte es vorführen So, jetzt ist die Frage Wo ist denn dieser... Wo kriege ich denn diese Mission? Die müsste eigentlich da oben auch irgendwie sein Vielleicht muss ich nochmal mit dem Bankettmeister sprechen So, jetzt bin ich ernsthaft Oh, jetzt bin ich ernsthaft Ich habe keine Nebenmissionen für mich, die Nebenmissionen gibt es auf der anderen Seite der Stadt. Die Nebenmissionen gibt es auf der anderen Seite der Stadt. Die Nebenmissionen gibt es auf der anderen Seite der Stadt. Das ist so spannend. Was kann ich dir holen? Na, was würdest du? Alles, was du willst. Wie geht das Chefs-Special, von top-qualität recyceltem Materialien? Dief-freit-Niblet-Hairbowl. Ähm, bist du sicher, dass das eigentlich hervorragend ist? Oh, ja, es wird dich definitiv nicht töten. Ich kann es garantieren. Und seit du mein erstes Kunden in den Tagen bist, keine Schuld. Ähm, ja, essen wir es doch einfach mal. Das ist der Spirit. Take the Plunge, ich sage. Klingt auf jeden Fall sehr unappetitlich. Aber Sing, bist du transportiert in den Kulinarien? Das ist... Das ist so gut. 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 Wie praktisch, dass ich genau weiß, wo er ist. Das war nämlich der, den ich eigentlich gesucht habe. Gordon Gourmet. Ich erinnere mich. Das ist so gut. Du bist viel zu nett. Danke sehr. Ich hoffe, dass du ihn bald findest. Damit gibt es nicht, nichts zu erden, wie ich werde das. Die musikliche Frage Chorys für mich untergeben ist. Danke. Dann könnte es nicht lang Poly-K 82,000 Mitteln kommen. Es ist ein guter Experte. Wahrscheinlich. Ich habe eine bestimmte Rennung in den Kulinarien. Es kann nicht sein. Ich verstehe. Sidi's Restaurant, du sagst? Ich liebe es, ein guter Restaurant zu sehen, zu einem guten Restaurant zu sehen. Also, kannst du ihn helfen? Ich kann dich direkt da. Oh, nein. Sidi's Restaurant? Ich bin Angst, dass du jemanden findest. Ich bin sorry. Ich kann dich nicht überzeugen. Und du? Unmöglich. Diese Stadt ist überflüssig, mit Restaurants kreieren für die leute, helpte Hand von Gordon Gourmet. Ich bin rassig, die versuchen, zu zu halten. Und, du siehst... Genau, meine Regel. Ich habe eine ironklad-Polizei. Ich kann nicht helfen, ohne dass der Herrscher mich direkt zu helfen. Du hast das einfach gemacht, oder? Okay. Kannst du das für mich machen? Ich gebe dir jetzt ein paar Tipps und ich gebe es zu dem Herrscher. Du musst nicht auf das Restaurant kommen. Das klingt nachvollziehbar. Ich meine, ich liebe es zu sehen, dass ich ein Restaurant mit der Herrscher gegründet habe, mit der Herrscher gegründet habe. Aber wenn ich sage, muss ich sicher sein, dass es richtig kommuniziert wird, mit totalen Präzision. Und das bedeutet, dass mein Messenger die Instruktion perfekt verstehen. Ich glaube, das regnet mich aus. Ich weiß nicht die erste Sache, über eine Fine-Dinein. Oh, du musst nicht ein Top Chef sein, oder sogar ein Garde-Manger. J. Alles, was du brauchst, ist eine discernige Palette. Praktisch jeder kann einen mit ein wenig Training erzielen. Ich bin nicht sicher, was du meinst, aber ich glaube nicht, dass ich einen habe. Vertraue mich an, wenn ich sage, es kann gefunden werden. In Wahrheit, eine Tour der besten Städte der Gluttonus Quarters sollte machen. müssten wir das Snow-Spezial? Die Haute-Cousine? Oder das Bacchus-Preu? Und wir nehmen doch einfach mal ... Keine Ahnung, das Bacchus-Preu. Nachdem ich das ganze Fell jetzt im Mund-Tapp nicht wahrscheinlich, bzw. hat Leitenden vermutlich etwas mehr Durst. Du müsst euch immer die Anzeigen vorbeführen. Ich fahre immer das Poß aus des Mkannten ...eine Kunden, die Umstände, das Décor. Unsere Kunden wollen mehr als nur das Essen. Sie kommen für die Erinnerungen, die sie für Jahre zu kommen. Der Knallpudding klingt natürlich auch lecker, aber ich glaube, ich nehme den kleinen Sturzengel. Klingt irgendwie vanillig. Unsere Kunden kommen hier, um ihre Shopping-Bagse anzusehen und zu resten ihre wehren Fuß. Unsere Küsse und Küsse sind die perfekte Pick-me-up für ungefähr jeden. Wir legen uns viel Liebe in unsere Küsse und das macht sie so gut. Sie sind wie Träte für eure Palette und Seine. Ich habe jetzt was Süßes gegessen. Ich habe jetzt ein bisschen Lust auf was Leftigeres. Mal gucken. Hier, guck mal, da ist der Poisonier. Ich bin zwar persönlich nicht so der Fisch-Fan, aber mal gucken, was er so im Angebot hat. Uh, Dagon-Sushi. Auf jeden Fall. Sushi ist geil. Wir bekommen unsere Seafood jeden Morgen frisch. Sie kommen direkt aus dem Ozean. Sie schmeckt sehr roh oder grilliert. Ein Chef ist noch mehr wichtig, wenn es unkühltes Däste vorbereitet. Die Art, wie man eine Tuna schießt, macht alles die Unterschiede in der Welt. Oh, lecker, lecker. Ach, aber so richtig satt bin ich jetzt dadurch natürlich noch nicht geworden. Ich glaube, ich such mir mal... Ich glaube, ich such mir mal... Hier müsste doch irgendwo noch was... Hier sieht's nach Fleisch aus. Genau. Hier bin ich richtig. Grillspeisen, das ist... Das ist tatsächlich meins. Oh, ein Behe-Burger. Oh, frittierte Munchkin. Weiß ich nicht. Munchkin, das war ein Munchkin. Und ein Wolkenfleisch klingt ein bisschen, als müsste... Ähm... Als hätte ein Wolkenschaf dafür sterben müssen. Ah, finde ich ja nicht so schön. Ich mag die Wolkenschafe. Die sind so schön flauschig. Deswegen esse ich mal einfach ein Behe-Burger. Unser Munchkin ist direkt aus den Wildlands. Wir benutzen nur natürliche Ingedienungen. Niemand von diesem Synthetik. Grillen und Röstern sind das Beste. Das Ziel ist, wie man die Juicen und Schäufe inbauen kann. Und wir machen das besser als jemand anderes. Geil. Das war lecker. Das war richtig lecker. Jetzt noch was zum Mutterspülen und ich bin glücklich. Willkommen. Wie kann ich mit Hilfe sein? So, Feuertee auf Eis, Teufelscocktail oder die Gelbe Kirsche. Teufelscocktail oder Feuertee auf Eis. Feuertee auf Eis klingt scharf oder nach Alkohol. Es klingt auf jeden Fall nach sehr viel Alkohol. Und da ich der Savior bin, nehme ich doch lieber mal... Wobei Teufelscocktail klingt auch nach ziemlich viel Alkohol. Na egal, ich bin böse. Komm, gib mir den. Von der elegante Simplicität von streichen Spiriten auf den Rocken zu komplexe und fruchtige Konkoktionen mit kleinen Umbrellas. Wir servieren alle kinder Drinks. Cocktails können serviert, schäuert oder warm, schäuert oder stirbt. Jeder hat seine eigenen Befehlungen. Wir empfehlen die Kunden, zu uns mit unseren Staffeln zu kreieren, um den perfekten Cocktail zu erzeugen. Das ist ein Restaurant, von dem ich überhaupt nicht weiß, was es bei denen gibt. Ja, applaudier mir. Ich hab's verdient. So, was hast du denn hier noch? Komm, bescheid die gesundsten Früchte der Erde! Das sind ihre Früchte. Das ist jetzt so... gar nicht das, was ich... gedacht hab. Aber ich mein... Ja, so eine kleine Platte für unterwegs... Warum eigentlich nicht, kann ich immer mal wieder von essen. Nehme ich mit. Vitamins und Vegetablen sind durch ihre Farbe. Du möchtest eine hohe Variante für eine gut gebalanced Diät. Genug Gaststätten besucht. Das heißt, für mich geht's nun zurück zu Gordon Gourmet. Das ist eine gute Nachricht. Und es hat mir gesagt, was ich nicht gehört, was ich vorher nicht gehört. Vielleicht sollte man zurück und sprechen mit einem realen Nachricht. Gehen zu den Bankern des Herrn und sehen was Gordon Gourmet hat. Na, wie geht die Kultivin? Ich habe das, was du sagst. Ich habe die größte Restaurants in der Nähe. Das ist eine gute Nachricht. Jetzt, ich gebe dir die Nachricht, dass ich dir... Wenn die Kultivin von Seedys will, um seine Geschäft zu machen... Uh, warte. Ich frage dir etwas zuerst. Du hast auf Seedys, und in den besten Städten in Usnawn. Warum sagst du mir, was du denkst, ist die größte Unterschied zwischen den beiden? Ich würde mich interessieren, zu hören. In deinen eigenen Worten, natürlich. Warum? Ist das eine Art Test? Ja, genau. Jetzt sagst du mir, was haben alle die Kultivin-Restaurants in common, die die Kultivin von Seedys haben? Mal sehen. Alle, die ich mitgebracht habe war, war sehr hilfreich. Sie sahen ehrlich und offen. Ich glaube nicht, dass sie mich lieben, aber... etwas... etwas sah aus. Oh! Würdest du sagen, zu erlaborieren? Es fühlt sich wohl, dass sie etwas von den Kunden entfernen Aber es war nicht so, dass sie lediglich lieben, oder versuchten jemanden. In der Tat, ich glaube nicht, dass sie es selbst herausfinden. Sie denken, dass sie mir alles, sie wussten. Ja, das ist es. Es war ungewöhnlich, wie ein Instinkt. Sie sahen etwas, aber sie waren nicht so, dass sie es nicht. Ich würde sagen, die besten Chefs, Restaurant Managers und Bar-Tenders alle, ein Kindes von secret. Es ist wie ein speziell ingredientier, das machte ihre Essen aus den anderen. Was ein wunderbarer Dedukt. Du hast auf die Hände auf den Kopf. Ich denke, dass du diese Antwort nur nachdem, nachdem du ein paar Veranstaltungen zu besuchen. Es ist wie Sie sagen, die besten, die besten, die besten, die besten, haben eine bestimmte eine bestimmte ein secret, das machte ihre Einige. Und zu finden, dass etwas, das ist das, was ich besser mache. In anderen Worten, wenn der Restaurant nicht bereits ein spezielles etwas, dann kann ich es nicht. Dann, wie bei Sidi's? Kannst du ihn helfen? Ich kann dir das sagen, der Chef schon weiß, seine Sache. Der Talent ist da, um ein Erfolg zu machen. Das ist das, dass er nicht so lebe, den Sie lieben, fälle, ist extrem schwer. Er kann nicht schocken, und das ist warum er Probleme. Ich bin genauer, einmal ein paar Zeit, die Sidi's mit der Spie bezeichnen, die Sidi's genannt haben, als Sidi's. Aber dann die Sidi's verraten, und der Restaurant fiel in eine lange, eine lange Zeit. Wir sagen, dass wir eine knappe Geschichte und es so haben. Gut bei mir. All I need to know is that if I can find this spice, the restaurant should start bringing in customers. Yes, exactly. The problem is the spice is not easy to fight. In fact, the only way to acquire it would be to defeat certain monsters. Such a shame. All for all to the single spice his restaurant is failing. He has the recipe for success. He just needs the final ingredient. Lass uns erstmal wieder in den Tod springen. Dann kommen wir nämlich ganz schnell hier unten hin und hier sollte es jetzt eigentlich ein Monster geben. Genau. Ah, da ist es doch. Hallo. Du Katze in der... Du Katze im Topf. Oh Gott, das ist ein riesen Vieh. Seit wann sind die so groß? Seit wann sind die so groß? So, damit kann ich auf jeden Fall zurück zu dem Restaurant. Und wenn ich gerade da bin, kann ich auch beim Ausstatter noch ein bisschen Dekor kaufen. So, damit kann ich auf jeden Fall zurück zu dem Restaurant. Und wenn ich gerade da bin, kann ich auch beim Ausstatter noch ein bisschen Dekor kaufen. Aber allerdings brauche ich auch noch einiges. Denn es ist tatsächlich auch Teil einer Nebenmission, insgesamt 55 Dekorgegenstände im Inventar zu haben. Und so unnötig ist, ich das finde. Ich habe das Geld. Und wenn ich dadurch einfacher und schneller eine Nebenmission erfüllen kann, kann ich das ruhig tun. Die Bürgerinnen und Bürger sind gefragt, dass die Person die Magik und Deskription an der nähersten Sicherheit informiert hat. Außerdem haben wir gleich 11 Uhr. Damit kann ich dann auch direkt weiter mit den nächsten Nebenmissionen fortfahren. Auch ganz praktisch. Oh, warum hast du es gesagt? Ich habe es in meinen Dekorfen schon einmal. Ich wusste, dass der Spice mir meinen Dekorfen einen zusätzlichen Kick gegeben hat, aber ich hatte keine Idee, dass es die Schlage zu meinem Erfolg oder Erfolg war. Ja, dann nimm es. Gordon Gourmet ist so gut, wie sie sagen. Ich kann mich nicht erwarten, um mehr von seinem Hinweis zu hören. Aber es wird nicht viel Use geben. Wenn ich nicht finden kann... Ich habe dein Siebet. Nimm es jetzt. Okay, dann muss ich doch zuerst noch mal zu Gordon Gourmet. Unfassbar. Warum muss ich denn jetzt noch mal zu dem? Oh, lass mich hier durch. Ich sollte aufhören, über den Busch zu laufen. Zudem sind gefragt, warum ich zurück zu Gordon Gourmet muss, wenn ich den Siebet habe und alle Informationen, die ich brauche. Hey, 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 hey. Ha! Ich würde mich aufhören, dass diese Fragrance irgendwoher. Du hast den Siebet Maske gefunden. Vielen Dank. Es ist sehr nett, was du machst. CD's ist glücklich, dass du dich auf ihren Seite hast. Warum bist du mich bedankt? Wenn jemand sein sollte, dann bin ich. Und der Schwerger von CD's für alle deine Hilfe. Oh, ähm, ein bisschen. Wenn du es so sagen sagst, natürlich bist du richtig. Ich bin einfach in ein Projekt und beginne zu denken, dass es mein eigenes Restaurant ist. Aber zurück zum Geschäft. Hier, ich habe diese neue und originalen Rezepte entwickelt. Ich möchte, dass du sie zurück nach CD's mit dem Siebet musk hast. Der Schwerger wird wunderschön für dich warten. Also, du wirst noch nicht ihn selbst treffen? Um, ich bin Angst, dass das nicht passieren wird. Nicht immer wieder. Insofern, das darf mich nicht von wünschen ihm und CD's den besten Besten. Bitte sag ihm, dass, was auch passiert, ich will für seine Erfolg. Ich bin immer gespannt, ob ich euch verraten sollte. Du meinst eine Geschichte über einen Sohn, der weg von Hause fuhr, als das Restaurant zu kämpfen? Ah, ja. Ich bin immer gespannt, ob wir beide denken, dass vielleicht dieser Sohn von seinem sein wird, um ein bemerkter Essen zu werden. Ja, Lightning hat es gerade schon gesagt. Wir denken, dass es sich um Gordon Gourmet, um CD's Sohn handelt. Gordon Gourmet hat eine Rezepte für dich. Du solltest es mit dem Siebet musk machen. Mach das und du kannst deinen Restaurant retten. Zumindest, das ist das, was er gesagt hat. Warum? Warum, danke. Das ist wunderbar. Wie kann ich dich retten? Das ist unglaublich. Alles ist hier in black and white. Ein Fisch zu verbrechend. Ich hätte nie gedacht, dass ich eine halbe Dinge in dieser Rezepte machen würde. Der Genie von Gordon Gourmet schlägt von allen Worten. Verstehen, was anderes? Über die Rezepte? Nein, nicht besonders. Es ist gut organisiert. Written in einer Hand. Warte. Warte. Diese Handwriting. Es sieht ausreichend ausreichend. Ja, ich habe es gesehen. Diese Swirls. Diese Leuchten. Kann es sein? Ich glaube so. Es ist so, dass Gordon Gourmet eine Identität schrecklich hat. Er ist dein Vater lange verloren. Er ist? Und du bist sicher, dass er das Erste entwickelt hat? Aber es ist wichtig. Er ist in dieser Stadt. Ist er glücklich? Du hast nichts zu beschäftigen. Er macht gut. Außer ich bin wirklich sorry. Aber ich glaube nicht, dass er dich wieder sehen will. Ich kann dir nicht sagen, wo er ist. Aber warum? Ja, wir quarreleten, als er verlangt. Aber das war ein langes Mal vor. Ist er immer noch angreifend? Hast du eine Nachricht für ihn? Ich kann sicher, dass er es bekommt. Na ja, wie geht das? Ich werde seine Rezepte machen. Wie die Rezepte liegt. Würdest du so gut sein, dass er es ihm zu liefern? Ich will es ihm zu retten. Ich will es ihm zu versuchen. Wahrscheinlich gesagt, was ich wirklich möchte, ist, dass er zurück zu Gordon Gourmet und mit mir mitgebracht hat. Vielleicht hat er mir gedacht, dass ich noch nicht meine Tüche verloren habe. Würde das noch eine halbe Stunde sein? Ich weiß nicht. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Er hat einen Tuch und mag es. Das ist genug für ihn. Und da ist es endlich fertig. Hier bitte, ich will dich der erste zu essen. Alles klar. Ich fühle mich aber auch noch Hunger. Ich meine, Lightning ist schlank und rank. Und hat grad bei sechs Restaurants gegessen, plus zweimal bei Sealy's. Wahnsinn. In diese Frau passt was rein, das ist der Wahnsinn. Aber gut. So oft wie, beziehungsweise so viel wie Sie am rumrennen und kämpfen ist, kann ich mir auch vorstellen, dass er nach drei Tagen, beziehungsweise zweieinhalb, verdammt viel Hunger hat. Sie hat ja die ganze Zeit nichts gegessen. Natürlich. Ich nehme sie zu Gordon Gourmet. Und kriegt vermutlich auch die nächsten... ...zehn Tage nichts. So, und wieder zurück zu Gordon Gourmet. Und ich springe ein letztes Mal... ...über die Busche drüber. Einfach der... ...guten alten Zeilen... ...der guten alten Zeiten willen. Gottes Willen. Gottes Willen. Sie sind gefragt, ob die Menschen mit der Beschreibung der Beschreibung der Beschreibung. Oh! Ich rieche das, was ich rieche? Ich rieche, nicht wahr? Das ist meine Rezepte. Ja. Der Bewerber bei Seedy hat gesagt, dass ich dir eine Portion bringe, damit du sie selbst probierst. Ich verstehe. Dann... Oh, ja. Ja. Eine perfekte Bewertung von Fuzzy Mutton und Sibbet Musk. Nein, Woten Scharf. Der Bewerber bei Seedy ist ein Mikrocosm von Kulvery Delight. Ein Thema Park von alten Faktoren und Gustartoren. Und wenn du denkst, dass das ein Hyperbole ist, dann habe ich nur angefangen. Das ist sogar besser als ich erwähnt. Ich wusste immer, dass er ein Künstler war. Aber das... Also... ... warum nicht du da zurück und wiederholst ihn in der Küche? Gehen? Was bedeutet das? Ich habe nie... Oh, okay. irgendwas. Oh, der Krat wird aus ihrer Bewertung. Du hast auch etwas ausprobiert. Was meine wahrheitliche Identität ist. Ja, ich wahrzucke. Ich habe doch auch die Königin des Kunde von Kulverkaufs. Das war lange wieder, aber einen Tag quarrelt waren. Und ichバge mich, nicht mehr zurück. Wir sind über Verstattel, die du. Aber nachdem ich es erzählt, ich habe mich, dass ich ein Tag eine Morgen wieder gebaut. Das ist das was mich auf meine Rebellion für Gordon Gourmet geworden. Seit dann habe ich jede Woche auf die Kulinarien zu lernen. Nach vielen Jahren von Studium, habe ich endlich eine Epiphanie gemacht. Ich wusste, was Sidi's Restaurant braucht, um seine vorherige Glocke zu regieren. Du hast einen Falling-Out wegen des Menü. Aber als dein Vater sah deine Recipe, er war glücklich. All er konnte sprechen, war wie er dir von dir zurückgekommen. So dass du zwei auf den Restaurant gehen kannst, wie die alten Zeiten. So er erkennt, dass meine Abilität... Oh, aber es ist zu late. Ich kann nicht zurück. Das ist, dass ich ihn im Restaurant in den Restaurant, wenn die Zeiten schwer sind. Ich bin schuldig von dem, was ich gemacht habe. Ich kann ihn wieder zurückbekommen. Du musst nicht so fühlen, mein Vater. Vater, wie hast du mich gefunden? Meine Entschuldigung für die junge Frau, aber ich wollte dich sehen. Ich folgte sie nachdem, nachdem sie weggekommen. Was sagst du? Wir beginnen. Du hast du selbst gemacht. Du hast du selbst gemacht. Du hast du selbst gemacht. Du hast du selbst gearbeitet. Du hast du selbst gearbeitet. Du hast du selbst gearbeitet. Und jetzt, guckst du was kannst. Die Recipe, die du hast hast, war fantastisch. Ich habe nie gesehen, wie sie es noch nie gesehen. Du hast du selbst gearbeitet. Wie kann ich sagen, außer ich bin stolz von dir. Aber Vater, ich... Ich habe dich verlassen. Nicht in meinen wildesten Tränen, ich hätte ich von diesem Kuchen gewonnen. Ich glaube, wenn du es mir gegeben hast, dann hätte ich sie gewonnen. Ich glaube, dass ich sie großartig hätte. Aber schlimmer, ich hätte nicht glaubt, dass du das möglich wäre. Ich habe dich immer unterestimiert, mein Vater. Für das, du hast meine verehrte Entschuldigung. Es ist alles gut. Und für was es wert ist, ich entschuldige dich in der Restaurant, wenn du dich verletzt hast. Es sieht aus, dass du zwei gemacht hast. Ja. Jetzt gehen wir an, schau wir? Zusammen. Wir werden CD wieder ein Erfolg machen. Das ging gut. Ein mikroposkulinerischer Wettbewerb für mich. Das lief so verdammt lange. Ich würde sagen, wir machen einfach mal einen kurzen Cut in diesem Part. Und kümmern uns gleich nach diesem Kampf im nächsten Part um weitere Nebenmissionen hier in Yusnan. So ziemlich alles, was wir heute noch machen können, denke ich. Unter anderem eine kleine Jagd auf die Sunny-Puddinge. Aber beim nächsten Mal geht es dann um Spieles noch einmal. Morris, D.Va ohne Musik und Langfinger. Die drei möchte ich auf jeden Fall noch machen. Und dann begebe ich mich auf die Jagd nach den Glas-Gelees. Von daher sehen wir uns gleich wieder, wenn es direkt hier an dieser Stelle weitergeht, mit Final Fantasy XIII, Lightning Returns und Nebenmissionen in Yusnan.